Drohne unsichtbar. Also kommt nicht her. Ich versuche aber zum Ausland zu kriegen, vielleicht. Jetzt stellt sich eine neue Drohne hin. Bei einer nimmt ein Head, der andere nimmt auf. Sie stellt sich... Warte, sie steht hier in der Drohne, ne? Am Hauptgebäude. Ach, das bekam sie? Nee, sie steht direkt da am Haken, an der Ecke. Sie kommt hierher. Weg, 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 weg. Weglaufen, weglaufen. Ja, heim ich aber durch. Rot! Sie rennen doch Dings hinterher. Nein, sie rennen nicht Dings hinterher. Ich glaube, sie ist ein bisschen pissig, oder? Ich glaube, die kommt von oben, oder? Ja. Oh, Mann. Pudi! Alter. Also, aktuell wäre untertrieben zu sagen, mein Hirn ist ein Sieb. Samstag jemand mit einer 3 im Namen, zwangsbeschäftigt. Gestern zur Firma mit Firmenessen und seit zwei Wochen immer noch in der Einarbeitung, weil wir nicht vorankommen. Zudem einen Plan ausgearbeitet, wie ich am 17.06. nach Gera komme, wegen Firmensommerfeier. Aber hey, nur noch zwei Wochen bis Urlaub. Hat jemand bei The Way einen Drei-Stufen-Plan, meinen Bruder verschwinden zu lassen? Nee, nicht wirklich. Die wollten mich aber auch nicht loslassen. Schlampiger Schlachter, Stromstoß, Barbecue und Chili und das Beste kommt zum Schluss. Eieiei. Und keine Add-Ons auf ihren Teilen. Komisch. Die war aber ein bisschen pissig zum Schluss, wenn ich sie einfach nicht durchgelassen habe. Ja, das fand sie nicht so witzig. Jetzt ist sie einfach aufgehaktet, ich verstehe es nicht. Weil sie es nicht konnte, Leon. Da war kein Haken. Ja, wo du da grabt lagst, war ein Haken. Nein, ja, das hätt sie aber nicht mehr geschafft. Sie hat mich zu lange getragen vorher, Leon. Mit dem Runterwerfen zusammen hätte sie mich nicht an den Haken bekommen. Das war ja ihr Problem, dass sie mich nicht hätte an den Haken bekommen. Das war ja das Lustige. Sie hat mich halt nicht an den Haken gekriegt, weil halt... Scheiße, Warbau. Das war eine knappe Sache, ja. Ja, das habt ihr sehr gut gemanagt, dass ihr euch vorher voll geheilt habt. Und dass ihr dann gesagt habt, einer lässt sich verprügeln und der andere macht dann einen auf. Kannst mich mal, ich gebe die andere auf. Machst du ja. War auf jeden Fall lustig. Ich fand niedlich, dass er echt versucht hat, mit den Fallen dann einen auf Insidious Camper zu machen. Das Gute war, dass sie halt einfach stroh-dumm war. Statt dann einfach umzudrehen und Brot noch wegzukloppen, ist sie dir erstmal ein ganzes Stück hinterher gegangen. Sie hätte mich Brot ja gar nicht aufheben können. Das hat uns gerade den Arsch gerettet, dass sie gerade da so in der Situation ein bisschen stroh-dumm war. Auch wenn es so blöd klingt. Ich glaube, wenn ihr uns normal kriegt, lässt ihr uns einfach in Ruhe. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Oder die hängt mich als erstes dafür, dass ich in die Ecke gekrochen bin. Weil ich habe ja gesehen, wo du aufgehangen wurdest, Leon. Und ich habe auch gesehen, dass in der Nähe kein Hook ist. Also was macht Clever Mondi? Stellt sich da ganz hinten in die Ecke. Ich habe mich wirklich in die Ecke der Karte gestellt. Und hat sie mich down gehauen. Hat sie mich hochgenommen. Hat mich ein paar Meter weit getragen. Hat festgestellt so, äh, scheiße. Scheiße, Wawwau. Hier ist kein Haken in der Nähe. Hat mich da plumpsen lassen. Ja, und dabei sind Dinge halt passiert, ne? Ne, ne, das war eine andere. Wir arbeiten halt gut als Team zusammen. In dem Fall. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Also auch kein Absicht. Ist das Creme? Pflege. Mit Kürstuft. Ist das Pflegecreme? Okay, das ist Pflegecreme. Ich habe vielleicht 127 Sunny Kästen von Event. Nicht schlecht. Da kann ich mitreden. ich würde ihn lassen oder komm mal im haus wird noch einer sein und in der schule wird noch mal machen ich hab das ist ein toolbox in der schule in der schule wir haben schon wieder die ja ja dann kommen wir lassen uns den anderen zwischen suchen überzüglich eingeben habe ich jetzt so akustisch ja ist sie sie selbst sich schon ins region müssten den einer straße machen oder den hier also ich helfe sich in fortune wie kacke sind denn die chance gespawnt wo willst du hin den brot welche wir machen können ja hier sie sollten in der schule bei uns 1 1 1 1 angst du jetzt auch was achte du nicht entdeckt haben dass sie weg machen kannst du musst den jan aber hier trotzdem weitermachen ich versuche sie wegzulocken nein sie kommt zurück ja sie selbst sich ins region bleibt mal bitte da unten ich komme zum runter runter gehen mal runter leon auf der treppe ist scheiße mit einmal durch ballern am anderen haus am fake keller cranky die punkte kriegst gleich zurück da da und da drinnen die hat dann vier jenny müssen wir unbedingt einen weg machen zwei am besten nach scheiß jetzt ja es will man die die uns vor gender verteidigen sie wird da nicht wegkommen rot einmal durch heim sie hat halt den perfekten vorgen ich weiß nicht was dbd sich manchmal denkt bei den positionen der gens ja die bleibt immer da hinten macht bitte keinen anderen jen wir kommen sonst haben wir ein problem ich gehe mal weiter kommt wieder her zu mir ja wir müssen drei chance gleichzeitig dann gehen ja dein spielzeug steht an der straße seht doch sowieso zu 80 prozent kein herzschlag leon also ständig ihren scheiß drin hockt aber eigentlich nur eine aber wenn ihr die kant kann ich kriegt die erst zurück wenn ihr die weg gemacht wenn ihr von eurem arm runterfallen das heißt wenn ihr alle eine macht hat sie drei drohnen weniger ihr dürft dann halt in der zeit keine falle das kommt da halt echt nichts machen hier geht halt da überhaupt nicht weg wie gesagt drei chance 1 richtig gleichzeitig man also brot macht die da hinten ich mache die hier an der straße und einer macht die unten im haus die hat sie aber nicht gesaved leon jetzt schon grund warum die hier bestimmte gens safe der gen hinterm haus ist nicht getakt bist du zu doof dazu zu treffen fräulein und jetzt wahrscheinlich hier ja aber es dürfen nicht immer alle weg so nur die verletzten weg alle anderen müssen bei den drohnen bleiben leute okay der hat gar keinen bock ist mir gerade platte wie hose kommt jen machen jen machen jen machen heilen jen machen die bringt mich in keller über schulung ja deswegen spiele ich so ungerne gegen die weil die nur eins kann sweet gen sonst nichts jetzt kämpft die nicht wahrscheinlich auch nein sie muss ja ihre chance verteidigen hat sie überhaupt keine zeit für hier folgt uns ja keiner bei mir die haben beide zusammen den den durchgezogen du musst abhängen ja ich bin schon dabei ja ich fliege jetzt auch gleich so ein schmutz killer warum musst du ja unbedingt 4 gen haben das macht keinen spaß zu geben ne macht's auch nicht ne und lass ich hab keinen bock ich schenke dir jetzt nicht ich schenke dir jetzt keine punkte mehr für für nichts können mach das von tü danke für die runden ich bin aber auch raus ich muss was essen und dann jo macht das tschüss bei bei gone einmal reicht danke tequila ist einfach so trash scheider Oh. die release hast du es nicht ist trotzdem ein street fan trash killer dass sie nicht released hat es hat ja auch Aria Alter, muss man Leute mal trollen. Ach ja. So, wir machen Cam heute für heute aus. Kein Bock mehr. So, guck mal, wenn es jetzt schon wieder eine Merchant-Tante wird, bin ich raus. Ich hab keinen Bock drauf. Ja, ich auch. Also dreimal hintereinander ist schon echt eh kurz. Wenn sie jetzt nochmal kommen, wäre es sogar viermal. Das macht einfach keinen Spaß. Ganz ehrlich, also es gibt viele Killer, die man spart, gegen die zu spielen. Das letzte Street-Gen macht Fun. Den auszutricksen, den zu kontern und so. Absolut okay. Ich verstehe dich, Moni. Sorry, aber die macht einfach überhaupt keinen Spaß. Das ist wie Zwillinge. Das sind zwei Killer, die einfach so null Spaß machen. Ich kann schon verstehen, warum so viele disconnecten bei der Alten und bei Zwilling. Als Zwillinge herauskamen, haben ja auch total viele sofort disconnected, nachdem, soweit die gesehen wurde. Ist das immer noch so? Teilweise schon, ja. Ich werde es heute auch nicht so lange machen. Eigentlich wollte ich noch Nina-Emots machen, aber das mache ich heute nicht mehr. Ich bin zu müde dafür. Dann werde ich mich morgen ransetzen. Und gestern schon ein bisschen eingefangen. Aber heute war auch viel zu tun. Und gestern Abend hatte ich ja auch noch die scheiß... Schweinchen! Leon? Ja? Gestern hatte ich ja noch das Problem, dass meine... Dings... Dass meine Liste von meinen Manga... Ja, Moni. Liste, äh... Gequashed ist und ich die kompletten Manga neu einscannen musste. 800 Bücher neu einscannen. Das war super. Das war nicht super. Das war echt nicht super. Hm, Leon? Mach den Jenner an das Check. Guck mal, da ist noch einer. Und hier unten ist der Fake-Killer. Da wird auch noch einer sein. Bei meinen Monis ist der Killer eh egal. Da fliegt...